Ich hab ja gesagt, noch nicht die zweite Etage, aber du hast heraufgezimmert. Wieso nicht zwei Etagen? Hat hier deine eigene Etage? Du willst neben mir mal in einem Bett schlafen, oder was? Nein. Stimmt, ich hab mit dem Teleporter oben stehen. Dazu ist... Jeder lange macht schlank. Außer der zum Futterschrank. So. Ist doch auch nicht schlecht. Ein schönes Fachwerkhaus. Sehr praktisch. Ist halt nicht auf Schönheit ausgelegt, sondern auf Funktionalität. Das Funktionalität. Das Funktionelle. Verstehst. Das Haus. Das Haus. Nicht ich. Für ein Wohnheim. Es ist halt einfach... Rustikal. Das Haus. 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 Wird auch nicht durchregnen, aber. Es ist dann doch fertig. Und du willst noch ein Wetterhahn oben drauf stillen Das wäre unmöglich. das ist so und 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 so dach ist fertig blöde idee scheiße schau mal aufs haus der taus steht in flamen erst ein bisschen wasser erste mal wasser weiß ich hatte mal wasser so dass was ich vor hatte das dach ist bringt der rest des hauses noch oder hier brennt noch ein bisschen was das war ich gerade mit dem dach fertig da habe ich noch eine fackel aufgehängt und hast damit das dach in flammen jetzt brennt hier diese eine fackel wie kriegt das für jetzt hier aus aus ist es ach mensch habe ich doch gesagt das war eine blöde idee verkennt zu machen nein nicht das haus überfluten lass das mehr wasser aus dass man eigentlich passiert hat überschwemmst mein haus gar nicht guck mal jetzt habe ich aus zwei wasser zwölf gemacht und was klingelt hier so man ist wieder einmal zu ende es war deine idee mit dem heutig das war nicht deine idee in der fackel reinzupacken doch was auch doch war es auch das gesagt du bist noch ein machen weil sonst mann ob uns dazu dunkel ist es war auch deine idee keine klug idee es war jemand gestorben das todesstein den tote stein und habe ich meinen noch nicht abgeholt steht noch einer ich habe einen doch endlich abgeholt schon immer nur immer so unter spüren das können wir das die ganze zeit stürzt tatsächlich war es meiner damit rechnen was für eine dame damit rechnen können mich beim hausbau nicht ständig runterfallen würde das wäre mein kürz auf das beruf das passiert das ist da wenn du da nicht geschlafen hast wenn du dein bett noch nicht aktiviert hast da haben wir aufwachst wir müssen noch nicht du hast aber auf das wird gespielt ich bin noch hier jetzt so was wie mein kürz doch schrecklich ist es keine kraft nicht das ist nicht mehr mein kürz da sind mir die schwelle liefs alle gegangen geschredderte blätter machen wir jetzt hier mal fenster rein so groß sind sie nicht die fenster aber sie zerbrechen nicht wenn man sie abbaut das ist schön ich meine panorama waren es doch noch hin und wirfst dann steine durch ich brauche eine panorama waren es wirft steine durch ich bin zu zu muten kraftete flair aha keine nunke rein wieso gibt es denn keine stein durchblick kann treppen aus schnee bauen machst du dir ein eispalast ja und das eis kann ich auch treppen bauen aber warum nicht aus stein jetzt sind die fenster alle das ist mir zu wenig fenster mitgebracht ich könnte einen toaster machen ich brauche mehr fenster ich könnte auch hier von meinem panorama fenster ein bisschen was ab abbastet aber ich will mein panorama fenster behalten erst ein bisschen sand für mich dann köfte ich mir meine eigenen fenster eine untere etage gehören noch fenster rein ich finde es hübsch hier das panorama fenster wenn man da rausguckt hat man hier die landschaft vor sich gar nicht schlecht Bäume und so eine tolle aussicht es hat jetzt nicht mehr glas um das noch größer zu machen ansonsten werde ich die ganze fassade hier einmal durchziehen mit glas und wir sollten langsam mal die folge wenden die aufnahme wir spielen jetzt glaube ich schon fast zwei stunden wird mal selten schluss zu machen uns zu verabschieden tweetet der pixie pixie kennst du noch die pixie bücher also die werden nicht so werden nicht ganz so geschrieben werden mit x geschrieben ein bisschen anders und hat mich gerade daran erinnert könnte auch mal die montagere scheibecken noch die pixie bücher die man sich immer irgendwie in der apotheke oder so neben spielladen kann man sich mal so führen ich glaube ein euro haben sie mal gekostet bei 1 50 immer so ganz ganz billig was kann ist gerade nicht bei mir angekommen das gott ist wieder schuld was kommt man denn aus dem gunpowder machen kanon vielleicht ist der knarre waffen eine knarre basteln so jetzt für das dach in brand setzen so die facken sind doch die dürfen doch klappen oder das kein höhe unmittelbar es war mir noch ziemlich dunkel hier oben aber müsste jetzt reichen so dach vollendet ich habe ich fenster drin ein fenster das war das was flair sitzt jetzt das haus im brand oder was flair ist noch mal fenster zu ne anders nach dem fenster an nach dem nach dem nach dem geschäft Hallo Sand. Hallo Sand. Auch nicht schlecht. Glas. Jetzt müssen wir nur craften. Wie mache ich aus dem Glas ein Fenster? Okay man craftet. Stone window plate. Da brauche ich ein Wort für. Nicht stone window, wood window wird zwar. Stimmt. Ich habe hier eine stone. Barrett wood window. Da brauche ich die canyon stone für. Ne das hatten wir schon mal. Das bringt nichts. Canyon stone kriegen wir nicht mehr. Wo kriege ich wood fenster her. Das flair kannst du mal ins flair kannst du mal hier ins dach fenster reinpacken. Und ins dach geschoss. Oh wood window. Scheint sein ob du das Problem hast mit dem wood window zu craften. Hm. Hübsch. Wie kann man das craften? Ich habe es nicht gefunden. Das ist das Problem. Wood window, wood window, wood window. Dekoration. Ich habe hier nur Barrett wood window. Ich habe hier gar keine Dekoration. War doch hier bei allem vielleicht. Du brauchst Glas, Woodroot und Stoneroot. Das sehe ich bei mir ja wieder mal nicht. Da habe ich wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet. Dekorativ. habe ich hier nicht gut habe ich muss der was die wenn das die dinge auf und zuklappen vielleicht hast du die decorations dazu geklappt nie die ist offen hat gesehen ich habe ich hoffen jetzt allerdings hier unter dekorativ darunter das tepte von dekorativ da kommt für nicht schon das ist nur stone wenn du drin da kommt wird siegen dann kommt stone stone window und dann kommt du bett dann kommt red bett dann kommt yellow bett und dann kommt bett ein stuhl das darf ich nicht bei redwood bin bin habe ich dort noch ansonsten keine west flower ich habe ein rotes bett machen ist ja schön so naja egal ich habe jetzt fenster na dann wollen wir uns mal schlafen legen ich würde schon stream sagen die aufnahmen wenden wo ist noch zeigen wie ich hochkomme ja komm mal her dann zeige ich dir das mal dann musst du mal herkommen wo ist nicht mein teleporter sekunde wird zum teleporter dafür um nach oben hochzukommen nee ich will mein teleporter hier mal aufstellen damit ich mal hier hochkommen kann ich bin ich hier auf wanderschaft bin mal hier so kann man mit hier aber mit erst eine leiter und dann kommst du mal hoch kaltest du mal die leiter hoch hier bist du doch schon oben gewesen hast du schon versagen wieso sie hier über die luft gelaufen bist erst durch eine kraft hier ist doch schon dach drauf erst durch eine fackel gecraftet das doch schon eine fackel geklaut sie war doch hier ist der dach bohren da hängt eine fackel wieso bist du gerade über die luft gelaufen hier unten bin ich über die luft gelaufen ich bin leider hochgerannt leider hochgerannt so welche leiter hier die leiter die der is hier die leiter hier da wird doch tust du das ist aber die leiter hoch geht weiß ich würde stehst hier mal in der luft wieso tue ich das jetzt schließt in der luft wieso stehe ich in der luft hier ist nichts das ist ein boden nein guck ich kann hier durch hier ist nämlich nichts tja ich hab da wohnen meine aufnahme ist der boden da wohnen und die fliege durch den boden durch die zuschauer können sehen das boden das sind ab bei dir das boden wieso kann ich den drauf laufen ich laufe hin und her jetzt gehen wir schlafen hier bin jesus ich kann über die luft laufen schlafen müssen die partner beenden da hinten ist eine kiste ich warte jetzt auf dich hier naja wir müssen die paar beenden wir haben jetzt hier schon wir haben jetzt schon hier überzogen ach was ich mache jetzt hier schluss ich habe gerade was gefunden ja schön können wir am nächsten in der nächsten aufnahme machen da vergesse ich das ach Mensch ist nicht leicht hier mit dir du siehst hier luft du siehst hier luft du fliegst hier durch den boden durch du machst hier Sachen das ist hier ist noch wo siehst du denn hier dass ich in der luft laufe es ist boden damit selbst gekraftet hier da wo ich runterfalle immer alles boden hier die ecke ist einfach nicht ja sehr viel nix hier in der ecke glaube ich dir jetzt schlafen schlafenszeit da ist jetzt meine bude voll gepforzt hey mein Bett geklaut nein das wurde ein eigenes ich ziehe das hier nicht noch in die länge Lars ja ich muss dich dich auf dem Silber bannen mach doch alles kaputt machen ich gucke ich bin dekonstruktiv hier du hast das aus dem flamm gesteckt ja ja das war ein versehen nachtkehrturm komm an der letzte Welt aha mein baby lief hier schwebt hier in der luft wer schwebt in der luft mein baby lief hier finde ich gut hm ich hoffe ziemlich desynchron so hier hier mal bleiben stay ach mensch Klaas hat ja alles kaputt gemacht na gut wenn er dann las jetzt geläftet ist ach ja 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 weiß ich bescheid letzte aufnahme dieses jahr was das ist ja es ist doch januar las he he es ist ein bisschen November ich glaube es ist januar ich würde sagen es ist januar oder was sagen die Zuschauer ich würde sagen es ist januar 19.11.2020 16.15 der lügt es wird unten aber noch keine Fenster drin im unteren Geschoss er hat geschossen das brenne ich auch ab das habe ich gebraucht das brenne ich da habe ich ein schwebendes ein schwebendes das erste Etage ja gut ähm da mich nach oben sonst euch gefallen haben lasst ein Abo da und neu seid und wir sehen uns das ist ja gut für die welt genau ist vorbei seit einigen Monaten es kommt erst noch es kommt erst noch es ist eine nachtkehrtour uns rausgelassen wird zeit schluss zu machen bis dahin tschau tschau bis dahin ich bis 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 bis